Nichts. Ist ja auch interessant. Ach, da ist ja einer. Hallo, du da. Ja. Ja, schöne Dame. Alles klar. Ja, und... Und wie bekomme ich das Holz, bitte? Kann ich das hier machen? Warte, will die? Hallo? Ja. Ne? Stimme ich vollkommen zu? Fangen, Lachs? Äh, hab ich mal eben so gefangen. VTF? Komm, tragen wir das Holz auch mal eben ein bisschen alleine. Ist ja so stark. Ich finde ein kleiner Hulk. So. Benutzen Holzstapel. Fatz. Komm, trag den Baum. Benutzen Holzstapel. Ähm, ja, ist klar. Zack. Ja, dann kann ich das halt noch nicht tun. Aber Technik haben sie doch eine schöne hier. Hoffentlich verschwindet das jetzt nicht einfach, das wäre nämlich ein bisschen Geld. Jetzt habe ich das ja umsonst getan. Das sieht man nämlich in ziemlich vielen Spielen. Macht man etwas. Ich fange ein Lachs. Lachs gleich hinzugefügt. Ja, kriege ich jetzt was? Ja, ich kriege natürlich nichts. Wofür habe ich das dann getan? Tolle Tunte. Ja, komm. Dann kann sie uns mal im Arsch decken. Die Rolle Tunte da. So, ist hier irgendwer Gäste. TF stillen. Komm, beistelltisch. Komm, Gold. Boah, sind wir böse. Bären Pelz. Bären Pelz. Gold. Nee, den will ich nicht. Die Papierrolle will ich auch nicht mitnehmen. Keiner Schrank. Boah. Pfeile Kleidung. Wer braucht so Mist? Kommode. Nö, irgendwie. Alter Wein, der ist noch teuer. Relativ. Fürs Gewicht auf jeden Fall. Also, ich gehe jetzt vom Gewicht immer aus. Weil das mir dann doch irgendwie zu teuer... Ach, äh, zu teuer, zu blöd, so ein Kranz mitzuschleppen. So, jetzt will die uns bestimmt klatschen. Speicher natürlich. Wo ist sie denn jetzt? Da hinten ist sie. Entdeckt. Versteckt. Stöperrt. Geht doch, Reisendolch. Dietrich. Pelzrüstung. Möse überringen. Ach, die hat auch auf jeden Fall schöne Sachen. Komm, die ziehen wir aus. Liegt gerade so schön da. Wenn das jetzt nicht sexistisch ist, ich weiß es auch nicht. Hey, das habe ich doch gar nicht gedrückt. Objekte, Bekleidung. So, die schweren Sachen werfen wir mal weg. Die, die jetzt nicht so viel wert sind. Pelzrüstung. Pelzschild. Das können wir auf jeden Fall schon mal wegwerfen. Pelzrüstung. Ach, das hat auch genug. Weisenschild. Weisensrüstung. Komm, werfen wir. Ach, firmt. Werfen wir mal einfach weg. Was soll's. Läuft ja im Moment. Auch wenn die anderen Let's Player hier alle nur die Story zocken wollen. Egal. Spitzhacke. Brauchen wir die? Ich weiß nicht, ob wir Erzschiffen können. Schiffen? Eisnader. Ja, genau. Ist da direkt eine. Ah, okay. Eisenerz. Müssen dann wahrscheinlich das Eisenerz erst... Ja? Brennen und... Ne? Was weiß ich nicht. Erst den Stein davon lösen und so. Vom Eisen. Und so weiter. Hallo, du Elch. Ach, der ist viel zu flott. Komm ich nicht hinterher. Hey, ein Geldbeutel. Ein Dunkelelf wird noch denn da. Ach, das Ding ist aber verdammt laut. So heftig wird der Wind hier auch nicht. Wie man an den Bäumen sieht, ist hier Unwetter. Das ist so viel wie die wackeln. Die Fahne wedelt hier wie blöd rum. Huch, Distel, Distel. Ich brauch keine Distel. Ich brauch Opfer. Stirb, du Fächer. Ja, ich hab gewonnen. Durchsuchen Fächer. Ja, ist nix dabei, aber Erfahrung übrigens wenigstens. Spring noch. Stillen von Tornister. Tarn zum Feuer. Komm, nehmen wir mal mit. Könnte interessant sein. Ich weiß es noch nicht. Lachs haben wir auch schon gehabt. So, stillen. Großer Sack. Ach komm. Tomaten brauchen wir auch nicht. Was soll's. Ich würd mal gern wissen, wo wir gerade sind. Okay, so weit sind wir doch nicht weggerannt. Da haben wir noch ne Menge vor uns. So, du da. Ja, lauf ruhig ins Wasser. Pä. Ich hab keine Lust, diese ganzen Sachen jetzt aufzuheben. Die bringen, glaub ich, eh nicht wirklich was. Irgendwurzeln zugefügt. Die hat so komisch... Das habt ihr wahrscheinlich auch gehört. Die hat sich ganz... ...komisch angehört. Also da kam ein ganz komischer Sound. Ob das irgendwas zu bedeuten hat, ich weiß es ja nicht. Stopp, du Hirsch. Hirschfell. Ja, das bringt alles nicht so wirklich viel. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich mein, wir können da auch nachher Sachen draus bauen, aber die bringen nicht so viel, mein ich. Oha, oha. Alles ziemlich weit und offen. Gefällt mir auf jeden Fall. Also das Spielprinzip gefällt mir gerade auf jeden Fall. Richtig, richtig gut. Ja, stirbar also. Das sieht tundramäßig aus. Das sind dann wahrscheinlich Mammuts auch. Und so. Aber die sind dann, glaube ich, doch ein bisschen zu... Krass. Stopp, du Fuchs. Der... Fuchspelz. 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 Wo wollte ich jetzt hin? Ach, da. Das ist ziemlich nah. Gibt's denn da? Oh, da muss ich doch mal reinrennen. Sieht böse aus. Komm. Ach, wir speichern mal richtig. Das ist nämlich schon ein bisschen eher, als wir das letzte Mal richtig gespeichert haben. Das ist wahrscheinlich auch wieder jede Menge Gegner. Ich hoffe aber, dass die hier auch so leicht sind. Hallo Wolf. Hallo Wolf 2. Hallo Kaninchen Nummer 1000. Gefühlt. Wolfspelz, ja komm, können wir mal mitnehmen. Hey, vielleicht können wir ja... Oh, mit Ruhe. Goldener Altsketter. Wahrscheinlich ein kleines Geheimnis. Ohoho. Das durch Zufall. Wer hat's... Wer hat's gedacht? Wer hat's gehacht? Äh, gehacht. Schon sehr spät. Ich kann nicht mehr gescheit sprechen. Silberring. Die haben doch krasse Sachen auch mit. Also teure Sachen. Oh, Granotstein. Gar ne Steuer verkaufen. Haben die wahrscheinlich aufgefressen und den hat man dann noch aus dem Magen rausgeholt. Nein! Scheiße. Wieder so ein scheiß Zweigring. Oh, die ziehen doch immer mal ab. Ach, leben ab. Das gibt's doch nicht, ey. Die sind verdammt stark irgendwie. Das scheiß Viecht noch immer hinter uns her. Sieht so aus. Sieht so aus. Stell dir, stell dir, stell dir, stell dir, stell dir. Ja, andere Gegner sind kein Problem hier. Außer vielleicht so drüßen, ja. Oh, oh, oh. Scheiße. Ja, toll. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Hm. Ja. Verkackt. Aber trotzdem, die paar Wölfe können wir schon mal killen. So, vielleicht ließ es schon gegenseitig. Find ich lustig. Ja. Ach, komm. Ich hab grad, äh, Fane mit der Steuerung. Will ich jetzt nicht mitnehmen. Mist. Aber das hier. Doch, nehmen wir alles mit. So. Du steppst jetzt. Ja. Ja, jetzt hatte der nix mit. Tolle Sache. Oh, 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 oh. Jetzt find ich schon nicht mehr den Ausgang. Verdammte Scheiße, ey. Ist ein Saustark. Ähm, ja, komm. Den macht man jetzt platt. Ich will den jetzt... Komm, lass essen, das... Gantino. Kartoffel. Lachsfleisch. Komm, das nehmen wir alles mal. Auch wenn das irgendwie... ... ...